Um Belohnungen aus dem Premium Pool in Form von Ultima mit dem DeFiU-Produkt zu erhalten, müssen Sie Premium Split Tokens in der Smart Wallet Anwendung auf Ihre Wallet abheben. Vergessen Sie nicht, Ihre Wallet auf die neueste Version zu aktualisieren und zu aktivieren, um Transaktionen mit Split Tokens durchführen zu können. Zur Aktivierung übertragen Sie einfach einen Smart auf Ihre Wallet. Bitte beachten Sie auch, dass zum Abheben von Tokens eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich ist. Um Split Tokens abzuheben, öffnen Sie das Dashboard auf der DeFiU-Website und wählen Sie Premium Split in der oberen rechten Ecke aus. Ganz oben links sehen Sie Ihr verfügbares Guthaben My Premium Split mit der Schaltfläche Payout. Klicken Sie auf diese Schaltfläche. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie ein Guthaben für die Auszahlung auswählen müssen. Wählen Sie das Guthaben Available Premium Split aus und klicken Sie auf Next Step. Im sich öffnenden Fenster müssen Sie die Adresse Ihrer Premium Split Wallet in die Spalte Wallet Address einfügen. Die Adresse kann in die Smart Wallet kopiert werden. Fügen Sie die kopierte Adresse ein, geben Sie in der Spalte neben der Adresse den Premium Split Betrag für die Auszahlung an und klicken Sie auf die Schaltfläche Transfer. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Zwei-Faktor-Authentifizierungscode eingeben müssen. Öffnen Sie die Google Authenticator Anwendung und geben Sie den aktuellen Code der Anwendung in das entsprechende Feld ein. Wenn Sie alles korrekt durchgeführt haben, sehen Sie eine Meldung, dass eine Anfrage zum Abheben von Tokens erstellt wurde. Bald werden die Tokens an die von Ihnen angegebene Wallet übertragen. Den Verlauf der Auszahlungen finden Sie im Abschnitt Payouts History. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Wir helfen Ihnen gerne weiter.